Hallo, ich heiße Lena Gommel. Ich bin 15 Jahre alt und spiele in Altersgruppe 4. Zuerst spiele ich heute von Johann Sebastian Bach aus der dritten Solo-Violin-Partita das Präludio. Danach folgt von Wolfgang Amadeus Mozart aus dem G-Dur-Violinkonzert der zweite Satz, also das Adagio. Und zuletzt spiele ich von Henry Nieto aus seinem vierten Violinkonzert den Gaffensack. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Amen. 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 Amen.